hey ho meine lieben im moment das nervt heute machen wir einen burger typ hawaii von der feuerplatte ja ich habe noch ein packerl bands übrig habe heute einfach noch ein hackfleisch geholt und es kamen ja eh schon die fragen auf wo ist die ananas hier in der dose ist die ananas und ja so machen wir ganz einfach draußen am burger das hackfleisch habe ich fast genauso zubereitet wie das letzte mal vielleicht variiert etwas mit der mengen von den gewürzen und den ketchup aber ansonsten ja im prinzip dieselben zutaten im hackfleisch also sprich brauche jetzt nicht extra noch mal zeigen da drin ist es und ja wenn das fertig geknetet ist gehen wir nachher hinaus feuerplatte ist auch schon so weit vorbereitet dass sie die bloß noch anfeuern braucht und ja dann machen wir heute mal schnelleres burger video hoffe ich zumindest ja ich denke schon alles klar wir sehen uns dann draußen an der feuerplatte jetzt brauchen wir bloß noch die feuerplatte heiß werden lassen dann die paar zutaten mit raus holen viele sind es heute nicht aber seht ihr das paket da das ist heute angekommen von der silke und das mache ich mit euch jetzt noch auf ja und dann gucken wir weiter also meine adresse wäre ja wurscht aber die adresse von der silke muss jetzt keinem entstehen sage ich ganz offen und ehrlich ist ja auch so ein bisschen datenschutz müssen wir ja auch noch gewährleisten können hier mit schönem brief mit schönem brief muss ich natürlich jetzt erst einmal lesen ob der nicht sehr privat ist oder auch nicht ja hallo andrea und michi hier das angekündigte probierrolle lasst es euch schmecken und sagt dann der bescheid ob ihr die würstchen auch so lecker findet wie wir aber vorsicht der käse in der wurst wird mega heiß ja das kenne ich liebe grüße silke und thomas ja okay ich sag jetzt schon mal vielen 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 dank danke 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 den beton vielen 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 dank haben sie auch wieder was haben wir denn hier rostbratwurst mit türkese vom thüringer dürrrock schwein ok da lassen wir uns die leute die mache morgen auch auf der feuerplatte das wollen wir doch feiern lecker bratwurst ich freue mich vielen 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 dank moment silke vielen 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 dank freut mich wirklich riesig die werden morgen gebraten und ich hoffe dass wir morgen dazukommen aber die hier sind mir ein extra video mit der feuerplatte wert definitiv ich freue mich wirklich riesig noch mal vielen vielen dank hinter mir wird es warm ja und ja jetzt habe ich sackfleisch aber schon angemischt okay das hätte ich jetzt sofort und auf der stelle gemacht ja naja wir machen weiter burger feuerplatte heißt vor und wie gesagt wenn die komplett heißes machen wir dann die bürger drauf und das wandert jetzt noch in die kühlung bis morgen ja auskommen tun wir heute mit diesen sehr wenigen zutaten hier ist das hackfleisch runter verpackt bacon bans mango curry soße die habe ich schon probiert die kann man sehr gut dazu essen dann die ananas und jede menge käse käse genauso wie eben jede menge bacon und den schmeißen jetzt zuerst auf die platte drauf und tun den anbrutzeln wie gehabt und der rest wird nicht lang auf sich warten lassen dann kann man außen auch gleich wieder die bans drauf wuchten bacon ja ja der bacon das ist schon was feines im übrigen haben wir heute wieder ein nach feierabend video tja ich bin auch wieder unter dem arbeitlichen volk so den bacon ziehen wir dann außen hin bei ganz ehrlichen burger ohne bacon ergibt keinen sinn oder fast keinen da kann jetzt noch ein bisschen warm bleiben und wir machen die patties das wäre dann eindeutigen meiner und schaffi und patrizia ja 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 sieht man die burger alle hier wunderbar dann fangen wir mal zum umdrehen an hier das erste mal ich habe fleisch jetzt übrigens gemischt und ja wir essen unsere burger eigentlich gut doch ähm so jetzt noch ein bisschen so am braten lassen vielleicht noch mal drehen noch mal drehen und dann wären wir eigentlich schon fast so weit dass man nachher dann danach dann den käse drauf haben können dann nicht nur so es hätte Die Ananas können wir dann auch komplett am Rand rausziehen. Ja, und die Burger brauchen halt heute etwas länger, wir wollen es ja doch haben, weil das sind heute mal richtig mächtige Klopper. Gut, die zwei werden auf alle Fälle früher fertig sein als meiner. Ja, und dann haben wir mal mächtig, mächtig viel Käse heute da drauf. Bei Käse macht den Bauch voll und macht richtig satt. Und dann tun wir einfach mal unsere Gloschen drüber und schauen, was passiert. Ja, das wissen wir ja, der Käse schmilzt. Die Patties werden schön durch und wenn die soweit durch sind, können wir dann auch schon anfangen, die Burger zu bauen. Auf alle Fälle unter der Glosche drehe ich sie jetzt auch nochmal. Und so langsam fängt der Käse auch schön zum Schmelzen an. Wunderbar, wunderbar. Ich denke mal, das ist soweit. Schauen wir uns an. Uno, due, tres. Ja, die sehen normal, ich denke, gut aus. Dann gehen wir rüber und bauen wir zusammen. So, unser Kugelblitz ist gerade beim Telefonieren, deswegen baue ich jetzt nur Scherzi Burger und meinen zusammen. Und sie hat sowieso gesagt, sie mag keine Ananas heute. Tja, Pech gehabt. Dann machen wir hier erst einmal ein schönes Wäckebett, dass sich der Salat auch wohl fühlt. Sehen wir beide, ja. Ja. Dann ein wenig Salat. Lassen Sie doch selber zusammenbauen, vielleicht mag sie die Mangosauce ja doch. Das soll sie selber entscheiden. Ja. Da rauf. Da rauf. Also, normal essen werden wir diese Burger mit Sicherheit nicht können. Dazu sind sie einfach zu mächtig. Ah ja, okay. Leg mal ein Stück Ananas nebenhin, vielleicht mag sie es ja doch noch. Oh, oh, oh. Da. Bacon. Bacon. Verbrechen. Verbrechen. Tada. Oh, Gott. Pat braucht auch noch einen. Ja, den lass ich, der Pat. Packst du das Fleisch noch einen Schnapp drauf? Ja, hol ich dir, hol ich dir. Da hab ich's extra gut gemeint mit der Ananas. Und dann mag die das heute nicht. Aber egal. Das sind schwangere Frauen. Tja, Gott sei Dank nicht mehr lang. Ich halt's beide mal aus hier. So. Leute, ist das mächtig? Und das ist noch der kleinere. Ich stell dir mal an deinen Platz. Tja, und das ist der mächtige. Und Leute, ich weiß noch nicht, wie ich den essen soll. Ich weiß es echt noch nicht. Schaut euch diesen Klopper an. Oh Mann. Fast ein Kilo Hackfleisch auf drei Burger verteilt. Dann hoffe ich mal, dass er jetzt nicht ganz kalt ist mit dieser blöden Instagram Fotografiererei und, 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 und. Mann, das braucht immer viel zu lange sowas. Deswegen mach ich das ja eigentlich gar nicht. Aber ich hab mir gedacht grad, den Klopper muss ich einfach teilen. Ja, das hack ist gut durch. So wie ich das wollte. Wunderbar. Yeah. Und dass ich den Klopper definitiv jetzt nicht auf einmal schaffe, das ist mir vollkommen klar. Da hab ich noch ein leckeres Gute-Nacht-Essen. Und die andere Hälfte ist mir grad umgefallen. Da muss ich mir was anderes überlegen zum Essen. Aber Fleisch hab ich grad gewischt. Mit der Soße. Ein kleines Stückchen Ananas. Und ich muss sagen, sehr, sehr lecker. Mhm. Mhm. So. Aber jetzt versuche ich das Ding irgendwie zu essen. Boah. Leute. Mega gut. Mit verdammt wenig Zutaten. Ihr habt es ja gesehen. Einwandfrei. Einwandfrei. Tja. Schatzi, was sagst du? Ja, sehr lecker. Patrizia, dein Spezialzusammenbau. Du Kugelblitz, du Kugeliger. Ja, sehr lecker. Nur zu viel. Wie lange Kugeln wir noch? Ein bisschen. Ein paar Tage. Okay. Das sagt sie. Äh. Schauen wir mal. Okay. Leute. Macht es nach. Besorgt euch eine Feuerplatte. Feuert selber vorsichtig an. Ja, du bist zu sehen. Haha. Selber schuld. Ja. Und macht es euch auch so einen Burger auf der Feuerplatte. Es macht Spaß. Es macht Laune. Die Dinger schmecken lecker. Klar. Man hätte jetzt selber noch Pans backen können. Und 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 und. Kann man immer alles machen. Muss man aber nicht. Besonders wenn es eine riesen Family Party gibt. oder nach der Arbeit schnell. Da funktioniert das halt alles nicht. Nein. Aber so. Richtig richtig geil. Und. Tja. Nochmal danke an die Silke. Das war von Jesus Red Bull. Wir machen demnächst die Bratwürstchen. Was aber mit Sicherheit als nächstes kommt. Ist ein kleines Gartenupdate. Weil ich denke mal die Kartoffeln sind. Soweit dass ich sie rausholen kann. Ich hab mir fast einen Frosch gekriegt. Dann gucken wir mal ob die Kartoffeln überhaupt was geworden sind. Oder ob das bloß so kleine Puffsteile sind. Für kleine Schüsse. Ja. Das kann ich dir sagen. Für kleine Schüsse sind dann kannst du das kleine Pio schmecken. Haha. Okay. Das war's. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschauikowski. Bis bald. Däumchen nach oben nicht vergessen. Wenn nicht schon geschehen. Freundliches Kommentar. Und. Ja. Bis denen. Ciao. Tschauikowski. Wir machen.